Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie schnell und einfach man eine Schlüsselbatterie an einem solchen Mercedes-Schlüssel wechseln kann. Der ist hier von einer B-Klasse. Okay, ich zeige es euch eben. Und wir schauen uns den Schlüssel mal kurz gemeinsam an. Wir haben auf der einen Seite die Schließen- und Öffnen-Taste, auf der Rückseite haben wir hier den Batteriefachdeckel. Und den können wir ganz einfach ausbauen, indem wir diese Taste hier einfach reindrücken. Die Taste kennt ihr ja wahrscheinlich. Die ist ja auch dazu da, um hier den Notschlüssel durch Drücken hier herausziehen zu können. Diese Taste müsst ihr jetzt aber richtig stark drücken. Mit dem Fingernagel gehe ich hier richtig rein und kann jetzt den Batteriefachdeckel hier einfach abziehen. Jetzt kommt erstmal die große Enttäuschung. Hier ist überhaupt keine Batterie zu sehen. Aber hier, dort wo mein Fingernagel ist, dort seht ihr ein Einschubfach für die Batterie. Und hier gehe ich einfach mit dem Fingernagel rein und kann jetzt dieses Einschubfach inklusive der Schlüsselbatterie hier ganz einfach herausziehen. Und dann brauchen wir natürlich eine neue Schlüsselbatterie. Die Frage ist nur, welche Batterie brauchen wir? Es gibt zwei bekannte Größen. CR2032 und CR2025. Hier nehmen wir die alte Batterie raus, schauen drauf. Ach, CR32. Und diese Batterie müssten wir uns jetzt kaufen. Wenn ihr euch eine neue Batterie kauft, kauft die nicht im Euroshop. Ich habe schon von Fällen gehört, da ist die Batterie schon entladen, wenn die aus der Verpackung kommt oder hält vielleicht eine Woche. Kauft euch Markenbatterien. Wir haben hier eine von der Firma Vata. Wenn ihr nicht losziehen wollt, ich setze euch mal unten in die Videobeschreibung einen Link zu Amazon. Dann könnt ihr euch auch Qualitätsbatterien bestellen. Und dann können wir hergehen, die neue Schlüsselbatterie hier eben auspacken. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Hexenwerk. Hier kommt die Batterie. Hier würde ich jetzt vorsichtig sein mit dem Antatschen anfassen, dass ihr hier nicht auf die Batterie drauf packt. Dann nehmt ihr hier den Schieber, dieses Einschubfach und setzt hier die Schlüsselbatterie einfach wieder ein. Und jetzt kommt eine kleine Geschichte. Das steht bei Mercedes nicht auf der Anleitung. Mercedes sagt, Schlüsselbatterie raus, Schlüsselbatterie rein, fertig. Ja, sollte es zu Problemen kommen, Schlüsselbatterie raus, einige Zeit warten und dann wieder rein. Und den Schritt machen wir doch gleich. Ich gehe bei solchen Sachen immer her, drücke jetzt die Schließen und Öffnen Taste für 5 Sekunden. Warum mache ich das? Damit hier die letzte Energie aus dem Schlüssel rauskommt und hier der Schlüssel jetzt komplett entladen ist. Ansonsten kann das sein, dass das Auto gar nicht mitbekommt, dass hier eine neue Schlüsselbatterie eingesetzt wurde. Und er wirft euch eine Fehlermeldung wieder rein, Schlüsselbatterie tauschen. Und diesen Schritt haben wir jetzt hier einfach übersprungen. Und jetzt gehen wir her, drehen diese Schlüsselbatterie auf den Rücken und setzen die hier in das Batteriefach einfach wieder ein. Dann gehen wir her, diese Taste selber bewirkt, dass hier dieser kleine Haken, hier seht ihr ihn richtig, rauf und runter geht. Und diesen Haken sollten wir auch betätigen, wenn wir den Batteriefachdeckel wieder draufsetzen, damit wir uns hier das Kunststoff nicht einfach verschrappeln. Rein und fertig. Zum Schluss dürfen wir natürlich den Notschlüssel nicht vergessen. Das hätte immer Vorteile, wenn wir den auch mit an Bord haben. Auch dabei beim Reinschieben diese Taste hier drücken, so seht ihr das richtig. Taste drücken, Schlüssel rein und das war es schon. So einfach kann es sein. Dieser Schlüssel muss auch nicht ans Auto angepasst werden. Die Wegfahrtssperre oder sowas ist davon nicht beeinträchtigt. Das ist eine Fernbedienung, so ähnlich wie an eurem Fernseher. Wenn ihr dort an einer Fernbedienung die Batterien tauscht, muss die Fernbedienung auch nicht an das Fernsehgerät angepasst werden. Und so ist es bei diesem Autoschlüssel auch. Das war es. So schnell und einfach kann es gehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.